Was ist der beste Film, den du je gesehen hast? Goodfellas. Der schlechteste? Filmlich, aber ich mag nicht irgendwas schlecht zu reden, aber egal. Er ist auf jeden Fall so, weißt du, Brennpunkt Familie, Mittagseite. Der erste Film, den du gesehen hast? Der erste, an den ich mich erinnern kann? Ja. Ghostbusters. Okay, und der letzte? Mandalorian.